Hallo und herzlich willkommen hier bei Elektronik Hannes Jochren. Warum nehme ich dieses Video jetzt hier auf? Ich bin ein regelmäßiger YouTube Gucker und schaue dort natürlich auch regelmäßig das Let's Play Videos und dachte mir, Let's Play ist ja schon interessant, so was kannst du auch machen. Dann habe ich mal kurz überlegt von was ich ein Let's Play machen könnte. Es gibt natürlich wirklich gute Spiele, wo man sowas machen kann, zum Beispiel AC oder Alt is Life oder andere Spiele. Bin aber zum Entschluss gekommen, dass das nicht so ganz das meine ist, weil ich einfach nicht gut genug spiele, um das machen zu können. Womit ich gerne spiele und wo ich mich auch ein wenig auskenne, ist Elektronik. Deshalb herzlich Willkommen hier zum allerersten Let's Play Elektronik von EHIO. Was erwartet euch? Ich werde hier oder auch am PC ein paar Experimente machen, ein wenig mit Elektronik spielen, um euch damit die Grundkenntnisse der Elektronik zu vermitteln. Sei es der Umgang Multimeter, sei es löten lernen und so weiter. Es wird einmal in der Woche ein Video geben dazu und ich hoffe, dass euch die Videos gefallen. Wenn ja, natürlich irgendwie so Daumen hoch oder irgendwie so Zeug zwecks soziale Medien und Werbung und so. Und damit ihr natürlich keine Folge verpasst, irgendwo unten auf Abonnieren klicken und den Channel somit damit abonnieren. Ja, ich mache mal weiter und freue mich bis zum nächsten Video. Tschüß!